hallo zu einer neuen folge flat out 2 ja es ist jetzt gerade mal wieder ein test ich habe jetzt mal die alte platte eingestoppt die ich vorher auch schon mal gerade habe auch noch mal eine sache umgestellt mal sehen vielleicht wird das was vielleicht auch nicht würde ich sehen genau nun mal so zur information genau dann wollen wir hier mal durchstarten weiter das haben wir noch nicht gehen wir jetzt hier rein eigentlich habe ich auch alles soweit gelassen würde ich sagen gehen wir hier rein ach ich hätte noch tun können naja ich glaube bei mir ist es halt ein bisschen leise euch muss das eigentlich okay sein die oder andere die die und die das war nicht die 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 Wir müssen zurück Frank! Oh, ich habe Pulse gedrückt. So, wir kommen wieder nach vorne, ich sehe gerade, wir haben nur drei Runden. Dann, gehen wir mal Atacke hier! Atacke, Atacke! So! Wir stehen mit einem Nidro hier. Oh, einmal rum. Wir haben den Rail aus dem Konzept gebracht. und 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 die die Vereinbarung nicht durchzufahren vor allem der Ausgang hohe war sie doch das ist nicht so das war das ich bin ich hab mich selber ausgegraben und so ausgegraben so scheiße ich wollte mitnehmen naja scheiße ohhh ohhh was wir denn gestell auf jeden Fall haben wir Spaß hier ist auf jeden Fall auch nicht langweilig hier hinten das hätte ich immer so gedreht ich kann ja kaum so stehen hier so vielleicht wenn man dann irgendwie Vierter oder sowas Fünfter ein Platz weiter vorne wäre ja schon schön oh Kedi ist da Kedi Januar einiges abgezogen ney Junges komm 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 Auto 5 5 5 W 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 Wir haben sie noch angestoßen, die Sally, die haben sie trotzdem noch gesagt, okay, schade. So, wir kommen ja zu einer langen und einer eigentlichen Phase, ich bin mal gespannt. So, dann würde ich sagen, wir brechen das hier nochmal eben ab einmal und tunen nochmal. So, dann gehen wir hier hin und sagen, wir machen das nochmal, oder haben wir schon einiges eingebaut. Wir haben kein Geld mehr dafür. Oh, okay, dann hatten wir schon alles eingebaut, ne. Okay, gut, wir hatten schon alles eingebaut, soweit, wie ich sehe hier gerade. Gut, gehen wir hier nochmal rein. Ich habe das auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe schon ein paar Tage hierher, wo ich es aufgenommen hatte. Wir winken von links nach rechts. Und das ist gut. Uh, so fällt es quasi nicht nach rechts. Okay. Vorne ist aber... Action. Action! Oh! Oh! Oh, Junge! Ein Mann-Slam! Oh, nochmal, der Wesen! Oh, der schlingelt! Beschlingert! So, guck! Schau! Vornein vorbei! Das wäre was gewesen, ey! Schön frontal dagegen, ey! Oh, die Katie ist da vorne! Okay, warte mal! Wir kommen in den Video! Oh! Oh! Wir haben es geschafft! Die qualiften schon, ey! Die arme Katie... Sally kommt, ist da vorne! Oh, die! Oh! 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 Katie! Oah! Oh! Katie ist gleich gott! Die ist gleich gott, Katie! Wuuu! Oh nein! Oh! Oh! Come back! Oh, warum ist das hier? Oh, warum ist das hier? Oh, der ist. Oh! Oh! Ups nur drei Reifen werden wir mal sind immer noch vierter und so ist zerstört worden von Katie die die Gruppe wird immer noch zu holen wie gut dort oben zweitemal Gedanke hoch den leiten geschoben der dritte wir haben in der Nähe und jetzt nicht nur immer mehr ich will ja auch nichts sagen aber wie ihr vielleicht apart gerade und ihr selber seht wir haben knapp 11 minuten jetzt 10 1,5 minuten und ich musste noch nicht es wurde nicht abgebrochen warum auch immer ob das am stecker liegt oder ob das wirklich an der festplatte liegt dass die eine halt langsamer ist wie die andere oder so keine ahnung die geschmeidt die büste aus und und welche der jahre noch zu im moment wo die ganz anders nicht verständnis eine ganz andere bedeutung das ist einfach gleich weg schieben weg stoßen weil das gar nicht so gemeint ist andere da passiert nichts da musst du aufpassen dass du nicht selber zurück und wieder gut das war auch zurecht sie gar nicht so ich gedacht hab doch kommt auf dem Weg der Maubel das ist die hier auf der Band, nirg der Jack die Jett hier aber quasi nicht am Kran hängen bleiben letzte Runde letzte Runde die 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 Ah, ja. Es gibt's noch gar nicht mehr. Ja, Jackie. Check, check. Oh, oh. Eckste Runde, da muss er immer drauf. Wir sind da wo wir hingehen, im Ziel, yo Jack Dankeschön, der dachte ich auch so, was du kannst, kann ich auch. Slam achtmal, fünfmal, zweimal. Das macht schon Spaß. Wir sind Vierter. Jetzt müssen wir aber auch uns, ja nicht wir, sondern ich mich ranhalten, dass wir uns hier noch mal ein bisschen hocharbeiten, ne? Du, 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 du. Einmal von rechts, einmal von links, oh. Das war aber jetzt hier. Oh, okay. Das ist nicht gut. Das war aber auch nicht beabsichtigt, so. Aber okay. Hohohohohohoho. Oh, oh. Oh. Guten Tag, guten Tag. Oh, oh. Guten Tag. Hallo. Gezügt ihr geschafft, yo. warte auf uns kommt nicht ohne uns hier da oben der kommt gut vorne Gucken wir mal, Supplyte Ob wir gleich noch mal ein bisschen Action kriegen Können wir schon mal ein bisschen hier Okay, da fliegt nur was Mitrofladen Man sieht es nicht Hallo Jacky Woa Was hast du vor? Ohohohoho Der ist am besten geflogen Von links nach rechts Sieht dann so viel aus, okay Willkommen Ja, Mann Oh Woa Okay Das war jetzt auch nicht gut Dritte Runde und jetzt wieder Scheiße Das war jetzt nicht so toll von mir So geplant Auch überhaupt nicht geplant Mal so Woa Woa Es geht Aber Ja Wir sind schon wieder erster Wenn wir sind wieder angestellt, dann bin ich wieder angestellt Aber okay, gut Dann nehmen wir mal diesen Sieg mit nach Hause Oho Und auch nicht das war doch mal gut was haben wir jetzt wir haben sie nur ein bisschen abgedrängt ein bisschen gemein ja super danke schön ja danke schön ich hätte natürlich auch mich zurücksetzen können ja langweilig Polo oder die 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 auch hier lang Abheben hier Wir heben ab Das kann auch zu mir oder was? Daddy, Kagumi Aber den ersten was ich schon sagen war jo oh oh bin ich in der Transipharerlager auseinander oh okay guten Tag sie ist leid außer Kontrolle gewesen ich sehe oh äh Sophia hallo Sophia oh ich habe noch viel mit huiii oh Sophia ja jetzt erstmal zurück das wird uns ein bisschen länger dauern wahrscheinlich und da oh schon bisschen witzig lustig das war immer korrigiert nein sind vorbeigeheizt oh 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 wir haben ja auch noch zerstört oh oh Sophia wo willst du hier bleib mal hier bleib mal hier das ist ja alles ein bisschen dran ne Sophia wo willst du hier bleib doch mal hier bleib doch mal hier naja naja wir nehmen mal hier die Sprungschutz mit und ein schriebender Clan blöken 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 ok oh wo und da ist sie wir haben es geschafft du 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 das ist so mhm Bulldozer hat Käsi geschaffen in kleinen die letzten wenn ihr wieder mal ein Spiel man muss man muss man muss man muss man muss man muss genau das 2 Wir schieben nur die Leute ein bisschen an und bringen sie sich selber aus wie ein Gleichgewicht. Oh, Entschuldigung. Oh Ben, die Gruy hier. Was ist denn los mit ihr? Ein bisschen... Ich hab mich selber so ein bisschen... eben... aus der Bande gebrochen. Ein Vierter. Wuiiii! Hallo Peti! Hallo Jack! Oh, da vorne ist wie dieses? Wie auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich bin nur vierter, aber das ist nicht gut. Das ist die Teddy. Teddy! Warte! Warte! Da sind die anderen auch! Oh! Warte! Warte da, Mann! Ich hab Angst! Mal mitspielen! Oh! Oder auch nicht! Oh! Entschuldigung! Oh! Entschuldigung, Katie! Scheiß! Von vierter auf den sechsten! Von vierter auf den sechsten! Ja! Ja! So kann man andere Leute auch aus der Bahn werfen! Oh! Oh! Ich muss bremsen! Genau! Ich muss bremsen! Ja! Ich muss bremsen! Ich muss bremsen! Ja! Das ist also Sophia und der Jason! Wir haben noch nix hier! Ups! Oh! Okay! 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 Das ist aber... Das ist aber hier nicht so schön! Das ist aber hier nicht so schön! Das ist ihr eigenes Remi gefahren so! Oh nein! Ich bin nicht da rein! Ups! Die haben ja gar nichts an Schaden hier! Uooo! Oh! 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 So! Den haben wir zumindest schon mal ein bisschen... ...was abgezogen! Und diese vier, die will nicht! Schon ein bisschen war nicht so viel wie wir alle wollen hier! Aaaaaaaaah! Schade! das läuft doch gut bisher haben wir ganz gut gesehen wir haben das auto den mussten verschnitt und wir haben den level 3 genau aber damit geht es erst in der nächsten folge weiter und genau seid gespannt was für einen wagen ist dann gibt und ja noch mal wieder einen daumen da das würde mich freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder bis denn